Ja, das Gute ist, ich bekomme keinen Falscher. Kriegt man damit echt Falscher an? Aua. Na, schnell weg hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Willkommen wieder zu Minecraft Nero. Heute will ich mich damit beschäftigen, vielleicht zu schaffen, dass ich ja, ein bisschen flattern werde. Fly, fly, hi. Es wäre schön, wenn ich heute schaffen würde, dass ich tatsächlich fliegen kann. Ich werde mein Bestes geben. Ich gehe einfach mal hinunter wieder, komplett. Ich baue mich einfach so runter, Leute. Ich will zwar den nächsten nerven, weißt du? Ich will sich dann wundern. Aber ist mir egal, Alter. Ist mir einfach egal. Es haben Leute geschrieben, dass mittlerweile jemand meine wunderschönen ähm Gastrin wieder ersetzt haben. Das wäre natürlich wunderbar, weil das hätte zufolge, dass ich keine Kekse mehr mitnehmen kann. Was ist das für ein Drang? Ach, egal. Lass ich jetzt da liegen. Ähm, das hätte zufolge, dass ich jetzt tatsächlich versuchen könnte, mir was zu basteln, dass ich fliegen kann. Hm, wo war aber noch mal... Ich muss aufpassen, dass ich nicht sterbe. Wo war noch mal das Portal? Was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das Portal müsste doch hier irgendwo sein, oder? Ich glaube, das war in die Richtung. Ich glaube, ja. Ich folge mal den Fackeln. Ich gucke mal in meinen Truhen nach. Wenn da die Gasträne ist, das wäre so schön. Dann ein Dank an meine Stadt, dass sie mir äh, eine Gasträne wieder zurückgegeben haben. Das wäre echt wunderschön. Dann liebe ich meine Stadt wieder und möchte jeden von denen ja, mit ihnen Sex haben. Sag mal. Klingt es noch ganz richtig? Ähm. Aber wo? Muss ich denn noch weiter hoch? Ich werde ihn nie wieder rausfinden, oder? Ich habe das Gefühl, ich werde ihn nie wieder rausfinden. No hate, aber ich werde ihn nie wieder rausfinden. Hopp. Oh shit. Lass mich in Ruhe. Ich will mich da umgucken. Aber die schießen mich ab und dann sterbe ich und ich bin nicht so der Typ, der gerne stirbt. Sogar im echten Leben nicht, ne? Ist nicht so mein Ding. Da hinten, oder? Ich gucke immer, dass nichts von hinten kommt und mich runterschubst. Ich glaube, da hinten muss ich hin. Aber wie kam ich von da? Wie kam ich? Wo bin ich? Von wo kam ich denn? Alpha Püpsch Nummer. Von hier? Ich habe echt keine Ahnung. Ah! Ich dachte gerade, ich brenne. Wie komme ich denn da wieder hin? Leute! Ich finde ihn nie wieder zurück. Wie bin ich denn hierher gekommen? Ich weiß es ja, ich weiß es echt im Kopf gerade nicht. Bin ich irgendwie weit von weiter oben? Kann das sein? Da hinten muss ich hin, glaube ich. Da ist das Portal. Glaube ich. Siehst du? Ja, ich sehe es. Steht aber seitwärts. Wir schaffen es. Egal, ob wir jetzt brennen oder nicht. Wir schaffen es raus. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Ja, ja, ja. Freiheit! Los, raus hier, Mann. So. Hallo, hallo, hallo. Bau, was? Rauke bei Revenside. Der beste Herrscher der Welt in Nero. Rauecke? Aber der beste Herrscher der Welt ist doch... Lena. Gasträne. Kann ich das irgendwie einstellen, dass mir nur Gast... angezeigt wird? Ne. Da, ich sehe sie. Ich habe mir echt eine Gasträne-Bag gegeben. Danke. Finde ich. Ist eine super Sache. Danke an... mein Toolist-Team. Ah, ich will mal in meine billige Höhle. Unbedingt meinen ganzen Kram mal eben loswerden. Da wollte ich Schwerter und so reinmachen. Da kommt alles Mögliche. Da wollte ich Blöcke reinmachen. Das packe ich mal da rein. Das finde ich da irgendwie... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich packe es da einfach mal rein. Ich glaube, Tränke schmeiße ich da auch rein. Ja, diesen ganzen random Stuff hier. Ja, ich schmeiße einfach alles rein. Nein, die Blöcke kommen noch da rein. Ich trottel... Habe ich alles jetzt... Okay, okay. Gut, ich brauche eine Gasträne. Das weiß ich. Ich brauche... Okay, dann brauche ich, glaube ich, tatsächlich. Habe ich. Hm, ich bräuchte einen Smaragd. Glaube ich. Bin ich mir gerade auch nicht sicher. Habe ich irgendwo das mal? Ich brauche irgendwo so einen Dolch. Hm. Blatt. Magic. Kann ich das nicht irgendwie filtern? Magie. Magic. Wie zu... Äh, Mann! Wie heißt das Ding denn? Ich weiß nur, wie es aussieht. Ich gucke mal bei meinen Nachbarn. Vielleicht haben sie ja einen... So einen Dolch irgendwo liegen einfach. Dass ich den mal eben nur usen könnte. Ah, geh doch da hoch. Ich weiß ungefähr, wie man das baut. Also, das meiste. Aber ich weiß nicht, wie man... Diesen Dolch baut. Das ist gerade mein Problem. Ich weiß auch, ich brauche einen Smaragd. Glaube ich, dass ich ihn brauchte. Hm, der hat auch noch eine Gasträne. Aber die juckt mich ja nicht. Ich suche gerade diesen Dolch. Aber ich sehe ihn nicht. Mann, haben die viel Stuff. Hotshot. Smaragd. Nehme ich mir mal einen. Ich gönne mir jetzt von meinen Kollegen. Aber diesen Dolch, den haben sie, glaube ich... Opfermesser. Alter. Ein Opfermesser? Könnt du glatt Petret gehören? Nein, okay. Mach nur Spaß. Mann. Leute nehmen das immer so ernst. Wie stand der doch? Ich weiß ganz genau, dass da einer stand. Leute. Panik. Wo ist der hin? Hallo? Hä? Wo haben sie den Ritualdinges hingepackt? Junge, ich kann so nicht arbeiten. Oder war da ein... Da ist einer. Okay. Gut. Ich brauche... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Clean Stone. Ich glaube, ich habe das richtig in Erinnerung. Moment. Ja, ich habe wahrscheinlich alle meine Sachen jetzt schon... Da, ich nehme mal einen Bruchstein. Da, in den Ofen. Ich habe ja Bruchsteine im Winter. Ich bin intelligent. Pust. Hey. Komm wieder her. Aha, ich will nicht gucken, wie man... Ah, ich will endlich fliegen, Mann. Ich bin... Gleich kriege ich ein Kind. So. Brune. Wir wissen doch irgendwas mit Brune, ne? Ich weiß endlich, wie man das filtert. Das redet mich gerade auf. Es muss ja irgendeine Abteilung mit Blutmagie geben, oder? Mit Magie. Mit Magie macht das Kochen Spaß. Wo? Ich suche gerade. Äh, das sind nur Blöcke. Ich sehe diese Runen gerade nicht. Ich weiß auch nicht, wie die heißen, und... Was ist diese Runen? Ne, das sind Amulette. Ich stelle mich wieder doof an. Bitte verzeiht mir. Bitte nicht deabonnieren. Guckt weiter die Folge. Und lasst ein Abo da. Und küsst mich. Okay. Ein Opfermesser habe ich. Da sind die. Luftsiegel. So heißt das Ding. Genau. Gasträne. Versteckte Tafel mache ich aus Cleanstone. So. Und da brauche ich noch... Lehrlingsdings. Und das mache ich aus... Ja, okay. Dann habe ich ja alles, ne? Habe ich das richtig? Ich weiß es nicht. Ganz ruhig. Da war irgendwas. Okay. Ich will das unbedingt jetzt testen. Hey, nicht mein Messer. Kann ich mich denn opfern? Hallo? Moment, ich schmeiße da mal was rein. Warten wir mal kurz, ne? Das müsste doch so ein Ritualding sein, ne? Ganz ruhig. Versteckten ist ein Vieh. Hallo? Ist da noch jemand? Hallo? It's me. Weil das ist, äh... Noch nicht die Krasse, oder? Du musst, glaube ich, mit mehr Blut. Wohin sehe ich denn, wie viel Blut in dem Ding ist? Änder dich. Ich glaube, das ändert sich noch, oder? Die standen da nur immer dran. Mit ihrem Messer. Verschlägte Tafel. Die brauche ich. Und ein Smaragd jetzt rein, ne? Warum brauche ich? Muss ich kein Blut opfern? Ich verstehe das alles nicht. Ah! Was wollen die Menschen von mir? Komm schon. Ich will flattern, flattern, flattern wie ein Hühnchen. Und flattern, flattern, flattern wie ein Hühnchen. Ein Hühnchen ist toll. Das wäscht sich mit Pervoll. Das Hühnchen ist so toll. Okay. Daraus müsste doch was werden, ne? Ich sehe dich ganz genau. Kann ich mich nicht opfern? Ich kapiere das nicht. Wem opfer ich denn jetzt mein Blut? Ist dein Blut mir drin, ne? Hm. Oh! Okay. War das richtig, Mami? Warum kriege ich so schnell Leben wieder? Keine Ahnung. Ich bin gerade voll irritiert. Ich glaube, das merkt man. Ähm. Jetzt müsste ich ja fliegen können gleich, ne? Ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Wir brauchen nur noch eine Werkbank. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir können fliegen. Ah. Oh mein Gott. Geh weg. Kriegt man eigentlich Fallschaden? Oh shit Ja, kriegt man, gut zu wissen Ja, kriege ich jetzt mit meiner Rüstung Gott sei Dank nicht Ja Ah, das kostet Leben Okay Ja, das Gute ist, ich bekomme Keinen Falsch an, kriegt man damit echt Falsch an? Aua Na, schnell weg hier Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, ich muss auf mein Leben aufpassen Was tue ich hier, ich vergesse, dass das Ding Leben abzieht, was mache ich hier Ich muss in meine Höhle, in meine Höhle Meine Höhle, ciao Bitte War das knapp Oh Ich sollte aufpassen, was ich hier tue Okay, okay Hier ist provisorisch Irgendwie mein Kram ein bisschen einsortiert Nicht so richtig Aber ein bisschen Wo habe ich eigentlich mein Essen hinbeschmissen? Ich hatte sehr viel Essen Da ist noch voll viel Zeug drin Ich habe mein ganzes Essen nicht mehr da Das verwirrt mich So Blutmagie Was gibt es denn da noch? Schnelles Bergbau Elementar Hast Haltens Wahrheit Siegelgrüner Heinz Was ist mein Heinz? Heinz Ketchup Devil Protection Das ist alles Blutzeug Aber Keine Ahnung, was ich davon jetzt eigentlich brauche Hallo Hey Attacke Hacker Ich sage euch, der hackt Ja Gott Nichts Tolles Ähm Genau Ich wollte noch mein Warum liegt da einfach die Blut oben? Warum lag ihr da jetzt? Also Das verwirrt mich gerade echt ein bisschen Hä? Manche Sachen verstehe ich überhaupt nicht hier Wo ist mein Essen hin? Ich finde einfach mein Essen nicht Richtig merkwürdig Richtig merkwürdig So Jetzt wo ich fliegen kann Was mache ich jetzt? Ich kann mir immer meinen Arsch retten Wenn ich zum Beispiel bei der Dimension runterfall Kann ich einfach so machen Und dann flatter ich davon Das ist voll super Das Ding wird mir glaube ich echt auf den Arsch retten Jetzt mal ernsthaft Alter, das ist so cool Das ist so cool Was habe ich gemacht? Ah Ja Ich freue mich gerade, sorry Ich muss ja auch für mich zu freuen Ah Ich kriege ja keinen Fallschaden Das ist das Beste daran Okay Ich habe immer noch nicht Ich weiß immer noch nicht Wie ich jetzt weiter fortfahren soll Ich müsste mal sortieren Was ich jetzt eigentlich brauche An Stuff und was nicht Einfach nur Damit ich das mal ordentlich habe Ich gehe mal hier runter Ich weiß nicht, ob ich die Höhle mal ausbauen soll Dass ich anfange da irgendwie einfach Ja Ein Zimmer oder so reinzuschustern Aber das ist auch irgendwie doof Ich würde das gerne irgendwie Ein eigenes Haus Ich finde das cool Wie Stadt Schwarz das jetzt geregelt hat Wir haben jetzt so eine eigene Siedlung Irgendwie so eine neue Das finde ich cool Aber das hier Ist nicht der meins Okay Ich würde an dieser Stelle sagen Ich mache in der nächsten Folge weiter Ich überlege mir, was ich machen kann Oder schreibt mir mal Vorschläge in die Kommentare Was ich jetzt am besten machen kann Ich kann jetzt fliegen Ich beende die Folge jetzt schon Weil ich oft überzogen habe Ja Deshalb Bis zur nächsten Folge Und danke fürs Zusehen Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.